Schönen guten Tag zusammen, ich freue mich wieder unter euch zu sein. Gott hat zu mir gesprochen vor ein paar Tagen, haben wir gesagt, mach eine Aktion und die Aktion ist Aktion Hoffnung. Und es geht darum, die Gefangene mit dem Evangelium zu erreichen. Und dafür möchte ich mein Buch schenken, Ausstieg aus dem Milieu. Wenn ihr Pastor seid und Gefangene besucht oder Leute, die eine pastorale Arbeit macht in Gefängnissen, bitte sendet uns eure Adresse, wir schicken euch zehn Bücher kostenlos. Wenn ihr finanziell unterstützen wollt, könnt ihr an den Link Spende, schreibt einfach Spende 1, dann wissen wir, es ist für das Buch. Das Buch ist aus dem Milieu, das ist mein Zeugnis, das neue Leben, ein früherer Dealer und Zuhälter. Glaubt mir, dieses Buch wird viel Erfolg haben in Gefängnissen. Ich habe das in Frankreich gemacht, Leute haben immer geschrieben, ich habe Jesus gefunden, dank ihrem Buch. Jetzt bin ich draußen aus dem Gefängnis, ich möchte sie treffen. Leider ist es nicht immer möglich, aber ich frage die Leute dann, wo sie wohnen und gebe ihnen eine Adresse von einer Gemeinde, wo sie dann hingehen können und weiter zu Jüngern gemacht werden und geformt werden. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung. Gott segne euch alle reichlich. Danke.